Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video soll es um die Grundbegriffe von Grammatiken gehen und wir wollen eine formale Notation, jetzt eine wirklich formale Notation, kennenlernen, wie wir Grammatiken aufschreiben können. In den letzten beiden Videos hatten wir dazu schon Vorarbeiten geleistet. Wir hatten uns zunächst angeschaut, was formale Sprachen sind und uns dann eine erste Grammatik angesehen, die wir in einer einigermaßen formalen Notation, aber noch nicht in einer ganz vollständigen formalen Notation aufgeschrieben hatten. Damit wollen wir jetzt weitermachen und dazu zunächst erst einmal einige Grundbegriffe kennenlernen, uns quasi die Fachsprache aneignen, in der man sich über Grammatiken unterhält. Schauen wir uns zunächst noch einmal die Notation für Grammatiken an, die wir zum guten Teil so schon kennengelernt haben und auf der wir gleich aufbauen werden, um daraus eine vollständig formale Schreibweise abzuleiten. Ein Zeichen, das wir im letzten Video in den Regeln gesehen haben, war Doppelpunkt-Doppelpunkt-Gleich, dessen Bedeutung war, es kann abgeleitet werden zu oder es kann ersetzt werden durch. Das heißt, dort steht zunächst das Zeichen auf der linken Seite einer Regel. Auf der linken Seite steht bei diesen Grammatiken immer nur ein einzelnes Zeichen, niemals mehrere. Das sind die, die wir bislang immer in blauer Farbe geschrieben haben. Dann kommt dieses Zeichen Doppelpunkt-Doppelpunkt-Gleich und auf der rechten Seite steht entweder eine beliebige Folge aus blauen Zeichen oder auch aus orangefarbenen Zeichen. Diese können auch in beliebiger Mischung auftauchen, auch wenn das in unserem Beispiel im letzten Video nicht der Fall war. Und auf der rechten Seite können auch immer verschiedene Alternativen stehen, die durch die grünen Striche voneinander getrennt sind. Dort können wir immer auswählen, welche Ersetzung wir vornehmen. Das Zeichen, das auf der linken Seite steht, kann also ersetzt werden durch das oder abgeleitet werden zu dem, was auf der rechten Seite steht, beziehungsweise einer der Alternativen auf der rechten Seite. Der Ausdruck dort auf der rechten Seite besteht häufig aus mehreren Zeichen, manchmal aber auch nur aus einem einzelnen Zeichen und kann, wie gesagt, Alternativen enthalten. Das Zeichen von der linken Seite kann in diesen Ausdrücken durchaus auch wieder enthalten sein, auch mehrfach, sodass wir hier eine Rückbezüglichkeit haben. Die Zeichen, die ich bislang immer als blaue Zeichnen bezeichnet habe, nennt man nicht-terminale Zeichen. Nicht-terminale Zeichen sind sie deshalb, weil sie am Ende nicht mehr da sein werden, sie sind gewissermaßen nur vorübergehend vorhanden. Terminale Zeichen sind dann entsprechend die orangefarbenen Zeichen und diese bleiben stehen. Denn ein orangefarbenes Zeichen, das einmal im Laufe unserer Ableitung erzeugt worden ist, wird nie wieder entfernt werden. Das ist eine ganz wichtige Regel, die bei dieser Art von Grammatiken, mit denen wir uns hier beschäftigen, grundsätzlich gilt. Es gibt andere Grammatiken, bei denen das anders ist, aber mit denen werden wir uns hier nicht befassen. Orangefarbene Zeichen, also terminale Zeichen, wie wir sie ab sofort nennen, werden niemals mehr modifiziert oder entfernt. Die nicht-terminalen Zeichen hingegen werden fortlaufend ersetzt. In jedem Schritt, in jeder Ableitung, die wir durchführen, wird immer ein einzelnes nicht-terminales Zeichen, also ein einzelnes der blauen Zeichen, ersetzt durch eine der Varianten, die auf der rechten Seite einer der Regeln rechts von Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich steht. Wie wir beim letzten Mal gesehen haben, machen wir das so lange, bis kein einziges nicht-terminales Zeichen mehr übrig bleibt. Am Ende, wenn das Spiel zu Ende gespielt ist, die Grammatik sozusagen ihre Produktion beendet hat, besteht der Ausdruck nur noch aus orangefarbenen Zeichen, sprich nur noch aus terminalen Zeichen. Das ist dann der Terminus, das Ende ist dann erreicht und von daraus geht es dann noch nicht mehr weiter. Der grüne senkrechte Strich markiert die Alternativen. Wir können uns da, wie wir gesehen haben, aussuchen, welche der Varianten wir verwenden möchten. Es gibt noch ein weiteres Zeichen, das wir bislang noch nicht behandelt haben und auf das wir später noch zu sprechen kommen. Das ist das sogenannte Produktionsende, das Epsilon. Das Epsilon selber taucht nicht auf. Es ist weder ein terminales noch ein nicht-terminales Zeichen, sondern es ist gewissermaßen ein Verpuffungszeichen. Deshalb ist das Epsilon auch in grün markiert. Die grünen Zeichen tauchen nie in unseren Ausdrücken auf, weder vorübergehend noch am Ende. Wenn wir uns die Ableitung des Kalenderdatums im letzten Video noch einmal angucken, sehen wir, dass da niemals ein grünes Zeichen in den Ausdrücken auftaucht. Die grünen Zeichen stehen nur dort, wo wir die Regeln aufgeschrieben haben. In dem Sinn ist doch dieses Epsilon zu verstehen. Es sorgt dafür, dass ein Zeichen kurzerhand verdampft. Wenn es also irgendwo auf der rechten Seite einer Regel steht, bedeutet das, dass das nicht-terminale Zeichen auf der linken Seite der Regel nicht durch ein anderes Zeichen ersetzt wird, sondern einfach sang- und klanglos verschwindet. Dafür werden wir noch ein Beispiel sehen, aber das kriegen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Die Notation, die wir hier in dieser Vorlesung bzw. in diesen Videos verwenden, basiert auf der sogenannten erweiterten Bakus-Nauer-Form, kurz EBNF, eine sehr weit verbreitete Form, in der man Grammatiken aufschreiben kann. Ich habe die für diese Veranstaltung ein bisschen vereinfacht, auch wenn das ein paar Probleme mit sich bringt, wenn wir so komische Dinge machen wollen, wie beispielsweise Leerzeichen oder senkrechte Striche zu erzeugen. Das wird ein bisschen schwierig, aber im Großen und Ganzen vereinfacht uns das die Situation und wir verwenden hier nur relativ einfache Grammatiken, bei denen es normalerweise nicht zu großen Problemen kommen wird. Wir werden noch eine Ausnahme sehen, aber da werde ich das dann noch einmal explizit ansprechen. Wir haben gerade schon gesehen, dass wir eigentlich immer über mehrere sehr unterschiedliche Dinge sprechen, wenn wir uns mit Grammatiken beschäftigen und das kann anfangs durchaus verwirrend sein. Ich hatte eben schon über diese grünen Zeichen gesprochen und gesagt, dass dies Zeichen sind, die wir brauchen, um die Regeln aufzuschreiben, die aber niemals in den Ausdrücken selber auftauchen, weder während der Produktion noch am Ende im fertigen Ausdruck, der ja nur noch aus terminalen Zeichen besteht. Diese grünen Zeichen nennt man daher auch Produktionszeichen, da sie nicht Bestandteil der formalen Sprache sind, sondern uns dazu dienen, die Regeln aufschreiben zu können. Darüber hinaus haben wir noch die Metasprache. Das ist das, was ich hier die ganze Zeit absondere und was auf den Folien steht. In ihr reden wir über die Grammatiken. Das ist noch einmal eine ganz andere Ebene, auf der wir beschreiben, was wir gerade tun, wo wir erklären, wie man mit Grammatiken im Allgemeinen umgeht oder welchem Zweck eine konkrete Grammatik dient. Dann haben wir die nicht-terminalen Zeichen, also die Bausteine, mit denen wir festlegen können, woraus unsere Ausdrücke bestehen. In der deutschen Sprache könnte ein nicht-terminales Zeichen dann beispielsweise Satz sein. Ein solcher besteht zum Beispiel aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt. Das wäre jetzt zugegebenermaßen ein sehr einfacher Satz und Sätze können natürlich auch viel komplizierter sein, Nebensätze enthalten und so weiter. Alle diese Dinge, die ich gerade genannt habe, wären dann nicht-terminale Zeichen, wenn wir versuchen würden, die deutsche Sprache als eine solche Grammatik zu beschreiben. Schließlich haben wir noch die terminalen Zeichen. Das sind dann letztlich die Zeichen unseres Alphabets, also im Fall unserer Kalenderdaten aus dem letzten Video die Ziffern, die Punkte und in der letzten Variante auch die Schrägstriche. Dies sind also die Zeichen des Alphabets, aus denen unsere Ausdrücke bestehen. Wenn wir eine ganz andere Grammatik hätten, beispielsweise eine Grammatik, die natürliche Zahlen produzieren kann, also beliebig große positive Zahlen, die kein Komma enthalten, bestünde unser Alphabet aus den Ziffern von 0 bis 9. Ziffern sind also sozusagen die Buchstaben, während Zahlen die Wörter sind, wenn man so möchte. So wie sich normalerweise Buchstaben und Wörter zueinander verhalten, so verhalten sich Ziffern und Zahlen zueinander. Man muss immer aufpassen, auf welche Ebene man gerade redet, dass man diese Ebenen nicht durcheinander wirft, aber nach kurzer Gewöhnung kriegen wir das schon hin. Bislang habe ich diese Ebenen immer farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Die Produktionszeichen waren grün, die nicht-terminalen Zeichen waren blau, die terminalen Zeichen orange. Auf die Farben werden wir aber ab sofort verzichten. Jetzt können wir einmal formal definieren, was eine Grammatik ist. Eine Grammatik im Sinne der formalen Sprachen ist ein Produktionssystem und eine solche Grammatik G, so nennen wir sie kurz. Eine Sprache ist dadurch definiert, dass sie verschiedene Elemente enthält, und zwar drei Mengen und ein einzelnes Zeichen. Das einzelne Zeichen ist das Startsymbol, das wir kurz mit S bezeichnen. Dieses ist immer nur ein einzelnes Zeichen, niemals eine Menge. Im Beispiel der Grammatik für Kalenderdaten im letzten Video war Datum das Startsymbol. Dann enthält die Grammatik drei Mengen. Die erste Menge ist die Menge der Terminalzeichen T, also letztlich das Alphabet, aus dem unsere Wörter bestehen. Dann haben wir die Menge der Nicht-Terminalzeichen N. Das sind alle die Zeichen, die wir vorher in blau geschrieben haben. Also die Zeichen, die letztlich im Ausdruck nicht vorkommen, sondern die wir benötigen, um die Produktionsregeln zu formulieren. Und dann haben wir noch die Produktionsregeln selber. Die Menge dieser Regeln nennen wir P. Das sind die Regeln, die wir anwenden können, um beginnend mit dem Startsymbol über fortwährende Anwendung immer nacheinander eine Regel angewandt auf ein Nicht-Terminales Zeichen, einen Ausdruck zu erzeugen, der dann nur noch aus terminalen Zeichen besteht. Das ist der einigermaßen komplexe Zusammenhang, der zwischen diesen einzelnen Komponenten der Grammatik besteht. Klingt kompliziert, aber wir haben schon ein Beispiel gesehen, dass es letztlich gar nicht so kompliziert sein muss. Die Erstellung von Grammatiken ist durchaus nicht immer so einfach. Auch damit werden wir uns in diesen Videos und werdet ihr euch in den Übungen noch beschäftigen. Bevor wir aber dazu übergehen, werden wir erst einmal üben, wie wir beurteilen können, ob ein bestimmter Ausdruck zu einer Grammatik gehört oder nicht. Dafür haben wir im letzten Video schon ein Beispiel gesehen, aber wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal damit beschäftigen. Die Menge der terminalen Zeichen wird, wie eben gesagt, auch als Alphabet bezeichnet. Ein Ausdruck ist eine Zeichenkette über diesem Alphabet, also bestehend aus Zeichen dieses Alphabets. Und die von der Grammatik G erzeugte formale Sprache ist dann die Menge aller Ausdrücke, die mithilfe der Produktionsregeln, also durch formal korrekte Anwendung der Regeln, in beliebiger Reihenfolge aus dem Startsymbol S abgeleitet werden können. Eine Grammatik erzeugt also eine Sprache. In diesem Sinn haben wir es also mit einem Produktionssystem zu tun. Die nicht-terminalen Zeichen dienen, wie gerade gesagt, ausschließlich zur Produktion und kommen am Ende nicht mehr vor. Wir müssen das Spiel ja so lange spielen, bis am Ende kein einziges von Ihnen mehr übrig ist. Sonst ist unser Spiel noch nicht zu Ende. Nehmen wir uns die Grammatik, die wir uns im letzten Video angeguckt hatten, noch einmal vor. Hier sehen wir sie jetzt einmal in vollständiger formaler Notation, wie wir also ab sofort solche Grammatiken aufschreiben werden. Wir sehen hier als erstes die Menge T der Terminalzeichen. Wie eben schon gesagt, sind dies bei Kalenderdaten zum einen die Ziffern, also 0 bis 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, aber natürlich auch das oder die Trennzeichen. Als Trennzeichen war zunächst nur der Punkt zugelassen, in unserer Erweiterung dann auch der Schrägstrich. Alle diese Zeichen zusammengenommen sind unsere Terminalzeichen. Nur aus diesen Zeichen dürfen unsere Ausdrucke am Ende bestehen. Ein Kalenderdatum kann keine andere Zeichen enthalten als diese. Zumindest in der Sprache der Kalenderdaten, wie ich sie im letzten Video definiert habe. Dass Kalenderdaten in der wirklichen Welt durchaus auch anders aussehen können, wissen wir natürlich, aber das wird von dieser Grammatik nicht abgedeckt. Wenn wir Kalenderdaten auch in anderer Form zulassen wollten, müssten wir unsere Grammatik entsprechend modifizieren. Dann haben wir die Menge N der nichtterminalen Zeichen. Eigentlich ist es immer recht einfach, diese Menge aufzuschreiben. Wir brauchen uns nämlich nur unsere Produktionsregeln anzugucken. Links von Doppelpunkt, Doppelpunkt, Gleich muss ja immer ein nichtterminales Zeichen stehen. Diese müssen wir also alle nur aufzählen. Jedes natürlich nur einmal, auch wenn es vielleicht mehrere Regeln gibt, wo dasselbe Zeichen auf der linken Seite steht. Bei diesen beiden Mengen verwenden wir immer geschweifte Klammern. Wir erinnern uns an die achte Klasse oder so, da haben wir diese Schreibweise gelernt. Jede Menge wird also in geschweifte Klammern geschrieben und die einzelnen Elemente der Menge werden jeweils durch ein Komma getrennt. Hier erkennen wir nun auch, dass DATUM nicht etwa fünf Elemente, also fünf nichtterminale Zeichen sind, sondern Datum ein einzelnes Element, ein einzelnes nichtterminales Zeichen. Unsere Grammatik hier umfasst also die nichtterminalen Zeichen Datum, Tag, Monat, Jahr, Ziffer und Trenner, insgesamt also sechs nichtterminale Zeichen. Um das Startzeichen seht ihr hier keine Mengenklammern, das ist auch richtig und wichtig, denn das Startzeichen ist, wie eben schon gesagt, keine Menge, sondern wie der Name nahelegt, ein einzelnes Zeichen. Im Fall dieser Beispielgrammatik heißt dieses DATUM. Wir müssen dieses unbedingt mit angeben, ohne ein solches wäre die Grammatik nicht vollständig, weil wir ja dann gar nicht wüssten, wo wir mit der Produktion beginnen sollten. Zu guter Letzt haben wir noch eine weitere Menge, nämlich die der Produktionsregeln P. Auch hier steht zunächst wieder eine öffnende Mengenklammer am Anfang und eine schließende am Ende. Dazwischen stehen die einzelnen Regeln als Elemente dieser Menge und wir verwenden hier eine nicht ganz korrekte Schreibweise, indem wir jede Regel einfach in eine einzelne Zeile schreiben und hinter das Element kein Komma machen. Eigentlich müsste natürlich jede dieser Regeln als Mengenelement hier immer mit einem Komma abgeschlossen werden, aber das sorgt für eine gewisse Unübersichtlichkeit, die wir mit dieser kleinen Unsauberkeit vermeiden können. Ich habe ja außerdem die Farben weggelassen, aber man erkennt trotzdem noch, worum es geht, denn wir brauchen ja nur oben in die Mengen zu gucken, um festzustellen, ob es sich bei einem Zeichen um ein Terminales oder ein Nicht-Terminales handelt. Die wenigen Elemente der Grammatik, die wir als Produktionszeichen verwenden, die senkrechten Striche und Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich, die erkennen wir schon. Dann habe ich hier die Regeln durchnummeriert, P1, P2 und so weiter bis P6 in diesem Fall. Den Grund dafür werden wir im nächsten Video kennenlernen. Eine Kleinigkeit möchte ich noch ergänzen, und zwar haben wir bei den Terminalzeichen alle Zeichen aufgeschrieben. Das kann ganz schön lästig werden, wenn wir beispielsweise eine Grammatik hätten, die ganz normale Wörter aus beliebigen kleinen und großen Buchstaben erzeugen sollte. Da müssten wir dann ja sämtliche 26 kleinen Buchstaben von A bis Z und die 26 großen Buchstaben von A bis Z und noch dazu die Umlaute dorthin schreiben. Das macht eine Menge Arbeit. Und deshalb darf man dort abkürzen. Das ist eine der wenigen Stellen, wo wir Abkürzungen erlauben dürfen. Diese Abkürzung besteht darin, dass wir einfach nur das erste dieser Zeichen, dann drei Punkte und dann das letzte dieser Zeichen schreiben, weil klar ist, welche Zeichen dazwischen stehen. Damit sind also wie zuvor die Ziffern von 0 bis 9 gemeint. Wichtig ist allerdings, dass sowohl ein Anfang als auch ein Ende angegeben sind. Wir dürfen also nicht einfach schreiben, die Terminalzeichen seien 0 und dann drei Punkte und damit womöglich meinen, das wären alle Zahlen dieser Welt. Das ist nicht zulässig. Sondern wir dürfen immer nur Intervalle angeben, die einen Anfang und ein Ende besitzen und bei denen klar ist, welche Zeichen sich dazwischen befinden. Damit haben wir nun die Grundbegriffe für Grammatiken sowie die formale Notation kennengelernt. Im nächsten Video werden wir uns weitere Beispiele ansehen und uns mit weiteren Aspekten von Grammatiken vertraut machen. Tschüss, bis zum nächsten Video.